Hier bei Fenjakob Maschinenbau in Reda-Wiedenbrück entstehen besondere Maschinen. Für alle, die etwas erreichen wollen. Hey, ich bin Marvin, Fachkraft für Lagerlogistik und eine Maschine in der Ausbildung. Du willst auch eine Maschine werden? Das trifft sich gut. Fenjakob Maschinenbau gibt weiter Vollgas und sucht nach motivierten Nachwuchskräften. Was wir genau machen? Wir sind Maschinenbauer aus Leidenschaft und stellen für unsere Kunden ganz individuelle Beschichtungssysteme her. Wie das genau ausschaut, das zeige ich euch am besten jetzt. Kommt mit! Vorher erstmal einen Kaffee. Ohne den geht natürlich gar nichts. So, los geht's! Wir starten in der Forschung und Entwicklung. Hier ist man immer auf der Suche nach neuen Technologien. Woran arbeitet ihr gerade? Wir überarbeiten gerade das Lüftungskonzept der Roboteinlage, um eine bessere Luftzufuhr gewährleisten zu können. Ob im kaufmännischen, technischen oder gewerblichen Bereich. Mit unseren acht unterschiedlichen Ausbildungsberufen ist für jeden etwas dabei. Und für alle, die ein Studium ins Auge fassen, aber mehr wollen als nur Theorie. Hier bieten sich unsere praxisintegrierten Studiengänge in Kooperation mit der FH Bielefeld an. Hier am Standort arbeiten 280 Mitarbeiter und unser Chef mittendrin. Moin Christian! Moin Marvin! Mobiles Arbeiten ist bei FENJAKOP auch möglich. Und das ganz individuell nach den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter. Hier befinden wir uns in der Produktion. Ah, Moment! Für uns ist eine hohe Fertigungstiefe wichtig, um flexibel auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Individuell gehen wir auch auf unsere Auszubildenden ein. Die sind nämlich immer nah am Kundenprojekt. Keine Ausbildung vom Fließband halt. Und da Fachkräfte bei FENJAKOP so wichtig sind, legen wir unseren Fokus besonders auf die Weiterbildung. Fest integrierte Schulungsmodule innerhalb der Ausbildung, ob intern oder extern. Spannende Azubi-Projekte kommen bei uns auch nicht zu kurz. Bei FENJAKOP packen alle mit an. Egal ob unsere Kollegen hier am Standort oder überall auf der Welt. Durch unser Serviceteam. Hier sind alle wichtig. Genau wie der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke. Bei FENJAKOP profitierst du von einer tariflichen Ausbildungsvergütung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und überzeugt? Schau gerne auf der Webseite vorbei. Dort findest du alle wichtigen Infos für deinen Einstieg bei FENJAKOP Maschinenbau. Wir freuen uns auf dich.